Florian Eisner ist ein österreichischer Schauspieler, Regisseur und Musiker. Leben Eisner erhielt seit 1990 Gitarrenunterricht bei Hanno Winder an der Musikschule Innsbruck. Nach seiner Matura 1993 am Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium Silgasse und seinem Zivildienst im Jahre 1994 beim Roten Kreuz studierte er ab 1994 an der Leopold-Frenzens-Universität Innsbruck. Ab 1997 dort an die Fächer vergleichende Literaturwissenschaft und Germanistik. 2002 schloss er das Studium als Magister ab. Als Gitarrist und Texter war er in den 1990er Jahren in Innsbruck in der Literatur-Rockband Asphalt aktiv. 1996 schrieb er das Libretto für das Musical Gisaya, ein Auftragswerk der Diözese Innsbruck, das in Tirol und bei einer anschließenden Österreich-Tournee gezeigt wurde. 2000 begann er ein Schauspielstudium an der Schauspielschule Innsbruck, das er 2003 vor der Paritätischen Prüfungskommission der Bühnengewerkschaft mit der Bühnenreifeprüfung abschloss. 2001 gab er unter der Regie von Christian Stückel sein professionelles Bühnendebut als Erzherzog Ferdinand von Habsburg in Felix Mitteras Theaterstück Geismeyer bei den Tiroler Volksschauspielen in Telfs. Von 2002 bis 2004 war er für zwei Spielzeiten am Tiroler Landestheater Innsbruck engagiert. Dort tat er Ruhr, als Mord in Häuptling Abendwind in Liebelei, als Lord Lovell in Richard III., als Bernhard in Tod eines Handlungsreisenden und als Raoul Raymond in die Jungfrau von Orleans auf. Daneben hatte er Gastengagements am Augenspieltheater Hall und am Kellertheater Innsbruck. 2003 gastierte er bei den Schwarzer Freilichtspielen als Ammann-Nachbar in Felix Mitteras Theaterstück Ein Jedermann. 2004 und 2005 trat er erstmals bei den Komödienspiele Porcia in Spitttal an der Drau in Kärnten auf. Seit 2008 war er dort alljährlich zu sehen. 2005 ging Eisner ins Ensemble des Schauspielhauses Salzburg. Dort wirkte er bis 2009 in zahlreichen Inszenierungen mit. Zu seinen wichtigen Rollen dort gehörten Lucky in Warten auf Godot, Melchior Gabor in Frühlingserwachen, Biff in Tod eines Handlungsreisenden, Münz Matthias in Die Drei Groschenoper, Claudio in Vier Lärm um Nichts, Schupo Alfons Klostermeier in Glaube Liebe Hoffnung und Paris in Romeo und Julia. Seit 2010 arbeitete er als freier Regisseur und Schauspieler in Wien, Innsbruck, Graz, Kärnten in der Schweiz und in Italien. Seit 2010 trat er regelmäßig an den Vereinigten Bühnenbozen auf U.A., als Tempelherr in Naht an der Weise, als Student P.J.T.R. Sergejevich Trofimo in der Kirschgarten, als Oberleutnant Demeter Stanzides in das Weite Land, in der Titelrolle einer Bühnenfassung des Michael Kohlhaas und als Grenzjäger in der Weibshäufel. Weitere Engagements hatte er am Theater an der Effingerstraße in Bern und am Kellertheater in Spruck. Im Oktober 2013 wirkte er neben Kammerschauspielerin Julia Geschnitzer als Bademeister Reini in der Uraufführung des Theaterstücks Rumis Pool von Stefan Vögel am Salzburger Landestheater mit. Mit dieser Produktion gastierte er anschließend 2014 auch an den Vereinigten Bühnenbozen und am Stadttheater Brunneck. Ab 2006 übernahm Eisner zusätzlich zu seiner Tätigkeit als Schauspieler erste eigene Regiearbeiten in Innsbruck, Salzburg und Wien. 2006 gründete er das Theater Präsent in Innsbruck, dessen Leiter er bis Januar 2013 war. Unter Eisners Leitung erfolgte der Aufbau des Theaters zu einer etablierten Kellerbühne mit eigenem Spielort. Neben seiner Arbeit am Theater stand Eisner regelmäßig für Film- und Fernsehproduktionen vor der Kamera. Er hatte Auftritte in den österreichischen Kinoproduktionen Merz von Klaus Händel und Michael von Markus Schleinzer. 2007 hatte er in dem Fernsehfilm Der Ruf der Berge – Schatten der Vergangenheit eine kleine Rolle als Bergretter Sascha. In dem Fernsehfilm Hanna Hellmann – Der Ruf der Berge – dem Pilotfilm der neuen Bergfilmreihe des ZDF, war er im März 2015 ebenfalls in einer kleineren Rolle zu sehen. Er verkörperte Pietro Gamper, den Ehemann der Hüttenwirtin Lisa. Seit 2007 arbeitet Eisner regelmäßig als Sprecher für den ORF-Kultursender Ö1. Außerdem ist er als Sprecher für Hörspiele und zahlreiche Radio-Features tätig. Seit 2008 tritt Eisner als Gitarrist und Sänger der Band-Blues-Pension auf. Eisner lebt in Salzburg. Filmografie 2005 Josefs Brüder 2007 Der Ruf der Berge – Schatten der Vergangenheit 2008 März 2011 Michael 2012 Eiszeit 2014 Frühling in Weiß 2015 Hanna Hellmann – Der Ruf der Berge 2000 % ≥